Letztens war ich auf Steam unterwegs und hab geschaut, was es für Horrorspiele gibt, die Sascha und ich spielen könnten. Aber ich wollte nicht zu viel Geld ausgeben. Deswegen hab ich geschaut und... Das perfekte Spiel. 94 Cent und purer Horror. Hallo Freunde und willkommen bei dem günstigsten Horrorspiel auf Steam. Viel Spaß! Alter, geiles Spiel, Mann! Ja, Mann, geil, ja! Alter, wir haben schon eine Errungenschaft. Ja, just start a new game. Das Game ist ja auf Englisch, deswegen brauche ich auf jeden Fall deine Hilfe. Mein Name ist Ethan Black und ich bin ein Assistent zu Gabriel Blackwood. Aber mein größter Traum ist es, Dämonen zu jagen. Dämonen zu jagen! Ja, Professor Gabriel Blackwood ist ein erfahrener Dämonenjäger, der immer sagt, dass ich weitere Skills brauche, bevor ich ihm helfen kann, die dunklen Mächte zu bezwingen. Alter, das war ganz gut übersetzt. Drücke den Any-Key, um weiterzumachen. Wo ist denn der Any-Key? Alter, so ein Any-Key. Alter, für 94 Cent werden wir uns jetzt erschrecken. Werden wir uns in die Hose pissen. Eirem. Träume kennen. Okay. Ja. Alter, ist das ein iPhone? Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Okay, interessant, Digga. Pass auf, wenn du liebst, Kleiner. Professor Gabriel fragte mich. Ja, jetzt bist du dran, genau. Ob ich in das Apartment 1406 gehen kann. Abundant? Was heißt das? Keine Ahnung. Verlassen. Verlassene Apartment 1406 gehen kann und ihm das alte Buch bringen kann. Wie auch immer. Er erzählte mir nicht, dass er sehr agitated ist. Agilität. Was heißt das? Agil? Aufgeregt oder so? Ah. Mach du weiter, Digga. Das ist Katastrophe. Er hat gesagt, dass das Buch in einem, in einem, in einem, in einem, Secret, Scheiße, Mann. Ich kann kein Englisch durch, ich kann Englisch. Ja, mach einfach. Secret Raum. In einem. Das ist doch voll das einfache Wort. Chat hilft jetzt bitte. In einem. Es klingt alles verrückt, was alles von ihm kommt. Er hat Sachen dagelassen. Ja? Als ich das Gebäude betreten habe, fühlte ich, dass irgendwas durch die Zeit gegangen ist. Und jeder Schritt fühlte sich an, als flüstert mir jemand ins Ohr. Alter, ja. Falsch übersetzt, aber geht auch. Let's go, Alter. Let's go, Digga. Okay, Digga. Warum wachen wir hier auf? Ich hoffe, dass der Aufzug funktioniert. Alter, wie schnell. Tu du mal. Warte. Ist es okay für dich? Boah, okay. Oder schon schnell? Hör auf, hör auf. Ist es okay für euch? Hör auf. Ist es okay? Ja, okay. Es ist schon sehr schnell, ja. Okay, jetzt pass mal auf. Aber es ist okay eigentlich. Ich mach's langsamer. Maussensitivität. Das kann ich übersetzen. Alter. Alter. Was? WTF? Mach du mal. Loll. Warte, warte. Chill, chill, chill. Es ist einfach schneller geworden. Ja, warum? Loll. Hör mal. Loll. Äh, äh, redet. Sei leise. Blackwood. Alter, geil, Digga. Das könnte ja ich sein. Pass auf, was du dir wünschst. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Es ist so ein Zell. Oh mein Gott. Ich mach's mal noch ein bisschen. Oh mein. Sorry? So ist schön, oder? Warte. Alter. Wenn ich jetzt ein Bild von dir sehen würde, würde ich auch sagen. Da steht da jemand. So ist schön. Alter, ne Ratte. Alter, das Spiel kann schon lauter, oder? Einzelne Chat, wenn es lauter kann. Ich denke nicht. Siehst du, Ethan sagt, ich denke nicht. Das Vieh kann nicht lauter. Oh, Alter. Okay, okay. Willst du es lauter machen kurz? Ein bisschen, oder? Chat, spiel lauter. Einzelne Chat, wenn lauter. Lauter, bitte. Was ist das? Alter, was passiert? Das ist ein Rollstuhl. Mach kurz lauter, mach kurz lauter. Okay, so ist es geil. So ist es geil. So ist es geil, oder? Geil in den Chat, geil in den Chat. Okay, Bro, jetzt wird es geil. Geil in den Chat. Untersuch das mal. Mit Q. Nummer eins. Was ist das? Drehen. Ach, das ist der. Guck mal, was passiert hier? Oh, Alter. Das ist schon laut, ja. Weglegen, weglegen, ja. Da stand, das war der. Ich höre doch Schritte. Ich höre Schritte. Alter, das ist schon zu laut. Alter, ich sneak mal hier hoch, okay? Hallo. Was ist das für ein Apartment? Das Bild war vom... Äh. Ja? Ja? Alles klar, Digger. Da ist jemand. Ja. Ähm. Someone, it's true. Und jetzt? Hallo? Hallo? Ich hatte jetzt so eine blöde Mücke an meinem Mikrofon und in meinem Mund. Entschuldigung. Im Mund? Okay. Dann ist sie doch eigentlich. Okay, Leon, bist du nicht alleine. Alter. Das Bild war vom Elevator, also vom Aufzug. Hör mal. Ja, ich höre es. Irgendwas passiert. Irgendwas. Scheiße. Wir werden jetzt sterben, Digger. Eine Dose. Sind die Jumpscares heftig? Sei mal ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Left Control, um sich zu ducken, okay? Alter. Wir müssen also uns... Oh, oh, Alter. Was ist los? Alter, die Jumpscares sind ja heftig, Mann. Okay. Alter, wie viele Sachen wir bekommen da unten rechts. Drop any item in the game. Left Shift zur Ausführung. Alter, was? Left Shift. Irgendwas musst du hier machen. Irgendwas musst du auf dem Stockwerk machen wahrscheinlich. Was stand da? Ich habe es nicht gelesen. Left Shift zur Ausführung. Aber ich weiß nicht, was das heißen soll. Wir nehmen jetzt den Stuhl und setzen uns hier hin. Okay. Alter. Ja. Okay. Okay, let's go, Digger. Das günstigste Horrorspiel auf Steam. Okay, jetzt pass mal auf. Du kannst nicht die Treppe hochsneaken. Okay. Geht das nicht? Warte. Wow. Was ist los? Hallo? Jesus? Digger. Bestimmt ist das Jesus. Digger, das ist doch nicht normal, oder? Nicht irgendein Dämon. Das ist nicht normal, dass da ein Schatten... Oh! Ja? Erzähl mir mehr davon, Leon. Nee. Alles klar, Digger. Schau es dir genau an. Alles klar, Digger. Das ist einfach ein Gesicht gewesen. Da war eine Hand. Da war eine Hand. Bei der Tür. Hallo? Kann man Ihnen helfen? Nein, 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 nein. Hör auf, hör auf. Ich kann Ihnen helfen. Da war eine Hand. Kommen Sie raus. Kommst du irgendwie in die Räume rein? Kommst du irgendwie in die Räume rein? Nee, zum Glück nicht. Oh, ich dachte, das steht hier. Oh! 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 Ich bereue es, dass ich das Spiel dir gezeigt habe. Alter, geil, Digger, dass du sowas findest. Da ist es, unser Apparat. 1406, da müssen wir rein. Halo, the Master Chief. Hör auf. Hör auf. Ja, ich hör auf. Wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Hör auf, ja. Frageze... Pfeil. Unten rechts. Aha. Der Schlüssel ist safe unter der Fußmatte. Alter. Nehmen Sie. Nehmen Sie. Das ist nicht meine. Nehmen Sie sie. Nehmen Sie sie. Okay, Bro, wir können rein. Ähm. Wer erwartet... Ja, geh einfach wieder. Geh einfach wieder. Ja, und jetzt? Da wartet jemand oben. Du machst das jetzt. Einfach, wenn Leon das machen muss. Nein, nein, nein. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Das ist unfair. Zwei Wolfen. Was passiert hier? Was passiert hier? Okay, ich mach das schon. Das ist schon asozial. Okay. Ich mach das für uns. Jo. Der Herr, das ist unser Apparat. Da hängt ein Schlüssel. Ich mach mal hier zu, dass er nicht füchten kann. Ne, mach doch nicht zu, wenn du rausrennen musst. Dass wir nicht füchten können. Nehmen Sie. Was ist los, Mann? Oh, was? Der ist gar nicht da. Den gibt's gar nicht. Das ist ein Spiegel, glaube ich. 44. Da stand irgendwas mit 44. Ich glaube, wir müssen jetzt in einen anderen Raum. Ist hier noch irgendwas? Warte, wir haben doch hier den... Ein Schlüssel für die eine Tür. Schalte den Strom. Da. Schalte den... Ja? Willst du das lesen auch? Draußen wieder ein. Das heißt, wir müssen wieder raus. Ich komm später wieder. Und jetzt müssen wir zum Stromkasten. Da ist ein Stromkasten. Freischalten. Verwenden. Oh, Mann. Easy. Oh, easy, gell? Oh, Alter, ich hab mich grad vor unserem eigenen Schatten erschrocken. Easy, Digga, easy. Schalte den Strom ein, Digga. Easy. Oh, Mann. Ich mag den Gang nicht. Ich mag den Gang nicht. Ja. Lol, Digga. Lass uns in Ruhe. Aha. Hallo, Kleiner. Ha! Ich hab die Mücke getötet. Was bist du, Alter, mit nem Kuss? Nee. Was ist da für ein Bild? Ich glaub, der fach... Die Tür ist offen, die Tür ist offen, die Tür ist offen, die Tür ist offen. Nee, nee. Nee, nee, nee. Bitte, bitte. Da ist wieder ein Kind auf dem Regal. Ne Puppe. Ah, lol, ja. Doch ne Puppe. Die Tür ist einfach so zugegangen. Hallo. Hast du die zugemacht? Was tut es? Wieso schaust du uns an? Komm her, komm her. Komm her. Ich bin direkt vor dem Mikrofon. Okay. Ich bin weg hier. Wisst du das? Ja. Findest du nicht auch? Mit der Freundin ist da wie der Wind. Oh, Mann, Digga. Alter. Sie haben die Rucksack. Wir haben jetzt mehr Inventarplätze. Sehr, sehr süß. Wieso schiebst du den Stuhl an? Alter, noch süßer. Geil. Lesen. Hinter diesem Tor laut das Böse und es wartet auf dich. Alles klar, Digga. Wahrscheinlich auf der anderen Seite steht das. Alter. Wenn du unten mal drehst. Jupp. Alles klar, Digga. Kannst du das lesen? Kann jemand nicht richtig lesen? Nee, vielleicht ist es einfach nur umdrehen. Ich kann es nur so hin und her schieben. Ja, ja. Was meinst du? Das ist genau das, was da stand. Ach so. Auf der anderen Seite wartet das Böse. Irgendwie sowas. Drei. Willst du mal weiterspielen? Nee, ich will nicht weiterspielen. Komm, nur ein bisschen. Wieso habe ich das ausgesucht? Wieso habe ich dieses Spiel ausgesucht? Ein bisschen, ein bisschen. Ja, jetzt kommt der krasseste Jumpscare nämlich. Einschalten. Hallo, mach mal an. Oh, nee. Mach nochmal ab. Ist ja schon an. Darf ich ganz kurz was steuern? Ja, ja, klar. Immer. Ich wollte mir nur das Bild hier angucken. Ach so, du dachtest, da passiert was, wenn es dunkel ist. Ja. Okay, du darfst es wieder. Oh Mann, ich dachte, er vergisst es. Hallo? Hallo? Soll ich verwenden, drücken? Entfernen? Mach lieber die Tür hinter dir zu, Digga. Gut, sehr, sehr gut. Pass auf, wenn du liebst, Kleiner. Kleiner. Soll ich das wegmachen? Ja, safe. Ich mache das weg. Und gehst du auch rein? Oh, ich weiß nicht, ob das eine geile Idee ist. Oh Mann. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Hallo? Ich mache auf. Okay. Kann man hier sneaken in dem Spiel? Ja, mit Steuerhund. Oh Mann, wieso ist da ein Kind vor der Tür, die da ist? Lol, stimmt, Alter. Wieso ist da ein Schatten? Hallo? Oh, wieso gehst du rein? Damit wir sehen, was drin ist. Hallo, ihr Kleiden. Wollt ihr eine Partie Schach mit mir spielen? Alter, ja. Mach schon mal die Tür zu. Da leuchtet was. Guck mal, was das ist. Keine Ahnung. Oh, ich dachte, der schmeißt gerade mit was. Da leuchtet auch was. Rechts. Geh erst mal zu dem Rechten. Hier geht was nicht mit rechten Dingen zu. Kombiniere den Kelch mit dem Knopf. Das heißt, auf dem Tisch. Warst du das? Da liegt der Kelch. Ich habe E gedrückt. Du musst den Kelch da draufstellen, wahrscheinlich. Ich traue mich nicht daran vorbei. An dem Stuhl. Hallo? Warte, warte, warte. Du kannst ihn auch wegmachen. Ja, ja. Weglegen. Dann brauchst du nicht mehr dran vorbei. Ich meine noch nicht den Stuhl, Mann. Ich meine dieses Kind hier. Das ist unser Schatten so groß. Ach so, Bruder. Hallo, wieso schaffst du mich so an? Komm, du schaffst es, Digga. Hallo, bitte lass mich einfach vorbei. Danke. Nehmen Sie. Aufgehoben. Kleiner Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Tab. Finde das Buch in dem geheimen Raum mit dem Bücherregal. Guck nochmal Tab. Und jetzt mach mal einen Linkstick hier drauf. Schlüssel für das Badezimmer. Okay. Und hier stand, kombiniere den Kelch mit dem Knopf. Das heißt, wahrscheinlich im Badezimmer steht ein Kelch. Piep. Okay, den musst du jetzt finden. Alter. Die stand vorhin nicht so da. Alter, ja. Die schaut uns jetzt an. Ja, soll ich weiter machen? Oh, Mann. Mach du weiter, bitte. Einzel-Chat, wenn ich weitermachen soll. Stille. Stille. Komplätze Stille. Hallo? Eins, eins. Eins, eins, eins. Alle eins. Danke. Jetzt passt mal auf. Ja, Leon ist langweilig. Warst du das gerade? Oh, nein. Nee, nee, nee. Nee, nee. Boah, Digga. Schau die doch nicht an. Die wird jetzt draußen stehen. Die wird draußen stehen. Nein, Digga. Was laderst du, Mann? Ich hab ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich hab ein gutes Gefühl, Mann. Wo ist denn das Badezimmer? Wo ist das Badezimmer? Wir sind verschlossen. Oh, was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Weiß nicht, ist doch egal. Da ist auf jeden Fall das Badezimmer mit einer Axt. Alles klar, Digga. Alter, die können wir nehmen. Boom! Komm her, ich bin wirklich alle fertig. Komm her, ey, trau dich. Boom! Nee, 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 nee. Wir müssen erst mal den Kelch. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich kenn mich damit aus. Stirb, Mann! Weg, weg mit dir! Weg mit dir! Lass uns Ruhe! Weg mit dir! Oh, ja, ja. Genickstark, oder was? Ja, na. Okay, mach mal den Kelch da drauf. Aha, aha. Gegenstand auswählen. Ja? Ziehen und ablegen. Ja? Irgendwas scheint dir zu fehlen. Sonst klick einfach mal E drauf. Ah, hast du schon probiert, ne? Alter, sind wir hier beim Discounter. Hä? Verstehst du das? Den... Probier du mal. Klick einfach mal auf den Kelch. Ah, hast du? Mach ich ja schon gar nichts. Achso, ja, sorry. Ich seh deine Maus nicht, deswegen. Ich weiß, deswegen probier du mal. Vielleicht versteh ich irgendwas nicht. Weil wir müssen das ja machen. Checkt das jemand, Chad? Ah. Kann ich hier irgendwie eine Eins drauf machen? Versteht, irgendwas scheint hier zu fehlen. Ja, der Knopf. Ja, das ist klar. Hä? Ziehen und ablegen. Rechtsklick geht auch nicht, gell? Lol, wie hast du das? Ah, mit Rechtsklick kannst du zoomen. Lol. Geil. Rechtsklick hier? Ne, geht auch nicht. Ich check's nicht. Wie? Na, wie ist es? Vielen Dank für Ihren Einkauf. Ich bin der schnellste Kassierer in Deutschland. Okay. Ja, dann lass mal... Okay. Warum mach ich das? Da fehlt irgendwas. Vielleicht... Vielleicht müssen wir auch noch irgendwas machen mit dem Kelch. Boah, Alter. Ich hab schon ganz vergessen, dass die da steht. Oder der oder was auch immer das ist. Ich kann nur zählen. Was, Digga? Drück mal eins. Drück mal eins. Dann hast du deine Axt wieder. Okay. Sieht aus, ob da jemand... Das ist nur das Licht. Okay, okay. Aha. Verwenden. Doors lockt. Aha. Ja. Ja, ja. Schau mal, nochmal... Warte, haben wir einen Schlüssel gefunden? Ja. Nee. Nee. Wir hatten hier drin nur eine rostige Axt. Und den Kelch. Und eine rostige Wanne. Das heißt, wir müssen jetzt was... Schau mal nach oben und so ein bisschen. Wir müssen was mit dem Kelch machen, Digga. 100 Prozent. Ja. Ja, ja. Vielleicht ist hier irgendwo anders. Oder was mit dieser... Hier können wir nicht hin. Wir haben keinen Schlüssel. Hier können wir auch nicht... Doch, hier waren wir schon. Doch. Ja. Ja. Das kennen wir. Ja. Aha. Die ganzen Puppen sind weg. Ja. Und das Regal ist komplett weg. Oh Mann. Oh Mann. Und das Regal hier ist umgestoßen, oder? Das war vorhin schon. Warum haben wir eine Axt? Gute Frage, Digga. Können wir die Ketten damit einfach durchhauen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, mach die andere Tür auch noch auf. Schau mal, ob es hier irgendwo zurückgeht. Okay, Digga. Das war... Das war nicht davor so. Nee, nee. Das war nicht so. Das war auch nicht so geplant. Vielleicht müssen wir wieder runter. Glaubst du? Ich glaub eher, wir müssen irgendwas mit dem Kelch machen. Entweder ist es wieder verpackt. Wir müssen... Jo. Wir haben ja immer so Pech. Ja. Hä? Hm. Warte. Vielleicht, wenn ich die Axt weglebe... Sonst versuch mal ein paar Sachen zu schlagen. Habe ich auch schon probiert. Okay. Habe ich auch schon probiert. Die Bretter eventuell? Hier wird geschrieben, Kelch in Badewanne füllen. Ah. War die Badewanne gefüllt? Tatsächlich. Aber wie, wie... Ich kann sie ja nicht mal ausrüsten. Irgendwas scheint hier zu fehlen. Zu fehlen, ja. Finde das Buch in dem geheimen Raum mit dem Bücherregal. Drücke E, um zu kombinieren. Ja. Hä? Ja, leider nicht. Wir konnten auch das andere nicht aufheben. Also diese Münze oder so. Das macht mir nach wie vor Angst. Ja, das macht mir auch Angst, Mann. Geh zurück zu mir. Versuch mal mit der Axt dagegen zu schlagen. Habe ich schon. Ah, okay. Okay, passiert nichts. Okay, okay. Sonst lass mal nach unten, weil da wird doch kein... Ja, schlag auf sie. Oh Mann. Okay. Wir haben hier auch schon E gedrückt. Das muss doch ganz einfach sein. Hört ihr das? E, 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 E. Warte mal. Kann ich... Ja, doch, das geht. Ah! Verwenden. Guck mal. Doppel, doppel... Ding. Ja? Passiert nichts, oder? Ich mach mal ablegen. Ja. Nee, okay. Das hat nichts damit zu tun. Okay. Also die kannst du auch nicht ablegen. Wenn ich hier doppelrechtsstück mach, dann passiert das. Ja. Hier geht das nicht. Okay, interessant. Lass mal, die einzige Option, die wir haben, ist ja mal runter zu gehen, oder? Ich glaub, das ist verbar. Weil da ist... Ich glaube nicht. Geh mal runter, dann müssen wir es. Sonst können wir ja neu laden. Weil wieso sollte da auch ein Gitter sein, das davor nicht da war? Hm. Meinst du so wie das? Kannst du hier irgendwo... Ja, also geht hier nicht weiter. Kannst du irgendeine Tür einschlagen, oder so? Nee, scheint nichts zu funktionieren. Oben vielleicht? Oben vielleicht? Oben vielleicht? Auf dem zweiten Stockwerk. Auf dem oberen Stockwerk vielleicht, meine ich. Hier, das... Links. Links die Steinwand da. Aber das macht auch keinen Sinn, ne? Mit einer Axt. Oben ist eine Tür mit Brettern. Ich glaub, es ist verbar. Tür mit Brettern. Die haben wir doch schon geöffnet. Das war die hier. Soll es nochmal neu starten. Was meinst du? Das ist ne gute Frage. Wir haben eigentlich alles probiert, ne? Oder du schaust schnell ein Video an und guckst mal, was da jemand macht. Okay, ja, kann ich machen. Ich versuche in der Zeit, weiter zu überlegen. Da rostet der Cash. Irgendwas... Versucht auch weiter zu überlegen, Freunde im Chat. Müsst ihr den Cash... Aber mit was? Digga, hab ich mich grad vor der... Tuss hier... Kannst du bei ihr irgendwas... machen? Okay, ich habe etwas gesehen, mein Freund. Okay. Wir müssen uns noch mehr umschauen. Okay, interessant. Ich glaube nicht. Dann überlasse ich dir mal das Steuer. Okay. Alter. Jetzt bin ich gespannt, Digga. Steuer? Ich will keine Steuer zahlen. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich bin jetzt echt gespannt. Hallo? Hallo? Alter, nehmen sie. Aufgehoben kleiner Schlüssel. Wir müssen uns mehr umschauen, scheinbar. Ist hier noch was drin? Abgeschlossen, okay. Wieso steht da jetzt ein Stuhl? Jetzt darfst du weitermachen. Jetzt darf ich ihn da weitermachen. Wieso steht da ein Stuhl? Wieso steht da ein Stuhl? Krassierte Wendung! Wo ist der Stuhl hin? So. Ah, lol. Du hast ihn perfekt platziert. Okay. Scheinbar können wir damit, glaube ich, in den nächsten Raum, denke ich mal, oder? Jupp. Verwenden. Alles klar. Ja, vielleicht müssen wir sie auffüllen mit Toilettenwasser. Roter Knopf. Ach, lol. Leon? Ähm, jupp. Ja. Was passiert hier? Ihhh, Digga, da waren so viele Spinnen! Ähm. Das Vieh ist gerade draußen, Digga. Äh, ja. Was? Okay. Alter, hast du es gerade gesehen? Okay, der schaut uns an, der schaut uns an, ja? Wir sehen aber auch nicht gerade ziemlich ungruselig aus. Aber wieso? Guck mal, wenn du nach links läufst, dann gehst du nach rechts. Alles klar, mein Freund. Stimmt. Alles klar, mein Freund, Digga. Alter, Digga. Okay, wir haben jetzt einen roten Knopf. Ja, jetzt müssen wir zu dem, wo wir E gedrückt haben die ganze Zeit. Okay. Ah, Digga, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah. Ah, kombiniere den Kelch mit dem Knopf. Jetzt müssen wir im Inventar kombinieren. Alter. Und jetzt können wir es draufstellen. Jetzt können wir untersuchen. Alter, ich kann meinen Cursor ein- und ausblenden. Alter, stark. Alter. Okay, vielleicht müssen wir da irgendwas reinlegen. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt passiert was. Fuck hier doch nicht. Okay, Digga. Jetzt pass mal auf, Kleine. Okay, darf ich dich da reinlegen? Ich mache Pranks und lege dich hier rein. Okay, das ist doch alles verschlossen. Aha. Wenn wir schlau sind, schauen wir uns doch mal genauer um. Wenn wir schlau sind. Genau. Oh. Oh. Alter, was? Warum haben wir so Holzfällerhemden? Was bringt uns das aber mit dem Kelch? Was bringt uns das? Geh mal auf die Ziele. Finde das Buch. Immer noch finde das Buch im geheimen Raum. Okay. Die Axt haben wir auch noch. Digga, was ist schon ein geiles Spiel. Wir haben diese Karte dort gehabt. Stimmt, ist hier noch irgendwas? Greifen. Zum Greifen nahe. Okay. Äh, werfen. Ja. Hier ist ein Knopf. Das heißt, ich denke mal, wir müssen irgendwas da reinlegen. Denkste? Ja. Aber ich weiß nur noch nicht was. Das kann sein, ja. Leute, das ganze Bild ist übrigens weg. Da war doch dieses Mädchen, was uns angeguckt hat. Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ich glaube, unser Spiel ist verbuggt, mein Freund. Echt jetzt? Geh nochmal zum, geh nochmal zum Kelch. Okay. Zum Kelch. Ja. Ja. Oder hast du... Ah, ja. Geh mal auf Untersuchen. Ja. Und jetzt dreh ihn mal. Wieso können wir ihn denn drehen? Und warum ist da ein Knopf? Ah, und warum kann ich den Cursor ein- und ausblenden? Mhm, genau. Alter, schlau, Digga. Ist klar, Digga. Du bist der Krasseste. Verwenden. Alter, ja. Alter, ja. Alles klar. Da sind also die kleinen Banausen. Die hier gesucht werden. Oh ja, alles klar. Oh. Was? Was passiert jetzt? Denk ihr könnt mir irgendwas... Oh. Oh. Ja. Die Tür ist nicht. Die Tür ist... Geh da rein. Mach die Tür zu. Mach doch die Tür zu. Alter, die... Warte, warte. Ich bin bewaffnet, Mann. Was wollt ihr, Mann? Ich stelle die Talle auf. Ja, Alter. Ja, ja. Stirb. Ja, taus. Ja, ja. Stirb, Mann. Was willst du, du letzter? Mit deinem Messer. Ha, Messer. Ha, Messer. Die kleinen Talle hoch, Alter. Du Talle auf. Ja. Alter, ja. Alter, wir haben ja wohl 60. 80 zu leben. Abgezockt. Unten rechts, äh, unten links siehst du's. Ah, ja. 84 Leben haben wir nur noch. Oh, ding. Alter, krank. Okay, untersuchen. Okay. Untersuchen. Lesen. Das Tagebuch vom Professor Gabriel Blackwood. Lesen oder einfach ignorieren? Ach, Exorzismus und erbitterter Kampf und ein Feuer. Und Gebäude. Und unglücklicherweise. Emma, ich muss einen Weg finden, die Wahrheit herauszufinden. Okay. Also es geht um die Wahrheit. Und die steht hinter dem Buch. Ja. Okay. Okay. Da, ja. Hä? Wollt ihr noch mehr? Ja, ja, ja. Nee, lieber nicht, weil sonst wird tatsächlich tot. Nehmen Sie. Was ist das? Aufgehobene Platze. Ah, Gase. Wenn Sascha in sein Auto steigt, dann verlassen die ihn immer Gase. Ah, damit können wir uns heilen, Digga. Ah, perfekt. Verwenden, oder? Alter, 99. Luftballons. 6, 6, 6. Alles klar. Jupp. Alles klar. Alles klar, Digga. Das war nur der Stuhl. Das ist die Zeit. Das ist die Zahl des Teufels. So, es geht nicht aus. Doch, doch. Ach so. Okay. Ja, habe ich mich auch gerade gefragt, was das ist. Okay, gehen wir mal raus. Was konntest du? Da oben war noch was. Oder? Wo? War nicht irgendwas? Mach du mal. Über der Tür oder bei der Tür? Okay. Hier war gerade irgendwas. Ah, das war der Schalter, deswegen. Ah. Warte, lass noch mal schauen. Sind hier Schubladen oder so? Oder ist hier irgendwas im Regal? Nö. Ich will dann nämlich nicht raus, mein Freund. Ich lasse das, Digga. Ich will nicht. Ah. Ah, du willst nicht raus, deswegen. Okay, dann gehen wir raus. Okay, okay. Oh. Aha. Und jetzt? Und jetzt. Da hast du wieder das Regal. Hast du die Tür gerade abgeschlossen? Da ist eine Steinwand. Alles verriegelt. Was müssen wir jetzt machen, Digga? Alter, für 94 Cent kannst du hier nicht meckern. 666. Wo ist 666? Ja, mach mal zu. Genau. Digga, dieser Schatten von uns manchmal. Was können wir jetzt machen, Digga? Da ging auch nix, ne? Findet ihr das Buch im geheimen Raum. Wo kann der geheime Raum sein? Wird gefragt, ob wir den Kelch jetzt mitnehmen können. Nee. Wir können dann nix mehr machen. Ja. Wui. Vielleicht sollte ich den Computer wieder ausschalten. Ja. Da ist die Wand immer noch zu. Tatsächlich nicht. Vielleicht steht auch im Buch irgendein Hinweis, den wir jetzt übersehen haben. Wahrscheinlich sollten wir es lesen. Okay. Demexus. Demexus im Apartment 1406. Die Bewohner kämpften an unserer Seite und halfen uns, den Dämonen zu fangen, den wir mit Ketten banden. Okay, das ist wahrscheinlich der in dem Raum. Emma, meine begabte Tochter mit paranormalen Fähigkeiten, erwies sich in unserem Kampf gegen das Böse als unschätzbar wertvoll. Der Dämonen ist nach wie vor furchterregend. Vielleicht sollte ich Iven bitten, mir das okkulte Manuskript 2 zur Verfügung zu stellen? Okay. Vielleicht ist das ein Hinweis. Achso, ich bin dran. In diesen Tagen lieferten wir uns einen erbitterten Kampf mit dem Dämon. Da Emexus versuchte sich zu befreien und schlug zurück. Die Bewohner blieben standhaft und glaubten fest daran, dass wir ihn besiegen könnten. Emma, die ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten einsetzte, war unsere wertvollste Verbündete. Tag 5. Unglücklicherweise brach unerwartet ein Feuer aus, das sich schnell auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Alter, nein! Wir versuchten eilig zu fliehen, aber keiner der Bewohner konnte gerettet werden. Nur ich überlebte und mein Herz zerbrach, als mir klar wurde, dass Emma es wahrscheinlich nicht geschafft hatte. Vielleicht ist Emma das? Der Dämon, meinst du, oder was? Nach geraumer Zeit kehrte ich in... Ja, klar. Nach geraumer Zeit... Das kann echt sein, ja? Nach geraumer Zeit kehrte ich in das Gebäude zurück. Auf den ersten Blick sieht es normal aus. Aber ich spüre den Verfall im Inneren. Einen anhaltenden Geruch nach Verkohlung. Etwas Fremdes und Mächtiges muss es besitzen. Aber es ist nicht Dei, Maxus. Emma, ich muss einen Weg finden, die Wahrheit herauszufinden. Ethan? Okay, und was hat es uns jetzt gebracht? Jetzt schau dich mal um bei dem Buch, vielleicht... Ich kann es nur so drehen. Ich kann auch nicht meine Maus benutzen. Also das heißt, da können wir nichts machen. Ja. Lass mich mal... Oder schau dich mal nochmal mehr um. Es muss irgendwas mit dem hier zu tun haben. Denkst du aber, da kannst du ja nichts anderes machen. Warum solltest du den Computer anmachen? Darf ich mal übernehmen? Ich hab einen Plan. Okay. Alter, ja, geiler... Oh Mann, hat nicht geklappt. Ja, übernimm du. Es muss doch hier irgendwas sein, Digga, im Regal. Vielleicht ist doch was in der Kiste. Ja, da. Ich wusste es doch. Cursor einblenden. Alter, Cursor ein-ausblenden. Das heißt... Drehen. Ich kann es nicht drehen, okay. Kannst du was machen? Okay. Ja. Sehen wir... Da ist irgendein Zeichen auf der Seite? 666. Oh. True, Alter. Digga, das hast du schnell kombiniert. Scheiße. Ich schieb ein paar Nummern, bevor ich aufbreche. Wie bei einem Zahlenschluss. Okay, Entschuldigung. Das sind aber keine geschobenen Nummern, oder? Oder nennt man das geschoben? Ich weiß nicht. Was ist da für ein Zeichen auf der Seite? Du nennst auch... Was ist da für ein Zeichen auf der Seite? Ich schubse die Maus. Ignorier's. Ja, natürlich. Ich kann es nicht drehen, tatsächlich. Okay, das ist kein Zeichen, sondern das ist einfach nur ein Henkel. Dann öffne es mal, oder? Was ist drin? Das Buch. 4. Hier. Okay, nehmen sie. Okkultes Manuskript 4. Stand da nicht irgendwas von einem Manuskript? Wahrscheinlich. Oh, Digga, hast du es gesehen? Hast du es gesehen, Digga? Ja, ein Riesenkopf, Alter. Ja, mein Ziel, verlasse Appartement 1406. Okay, ohne zu sterben, wahrscheinlich. Okay, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Wenn's abgeht. Alles klar. Alles klar. Ja, alles klar. Was heißt das? Keine Ahnung, Spinnennetz. Keine Ahnung. Kommt irgendeine Spinne? Wir haben doch Spinnen im Bad gesehen, wahrscheinlich. Oh, Alter, ich hab mich schon wieder erschrocken vor der. Wir sollen es nur verlassen, okay. Wir sollen es nur verlassen. Wir sollen nicht da zu den Ketten, ne? Scheiße, ich finde einen neuen Weg. Finde einen neuen Weg. Aha. Ja, zeigst du uns den Weg? Alter, jetzt ein Clab. Okay. Das ist der Schlüssel, Alter. Richtiger Schlüssel. Die hilft uns. Digga. Okay, alles klar. Jetzt passiert was. Ich glaub, da springt jetzt jemand raus aus den Ketten und wir müssen... Ich glaub, wir sind tot. Alle verblicken doch immer auf Witz. Ich glaub, das ist diese Emma, die uns helfen. Scheiße, ja. Alles klar. Scheiße, ja. Die Türen schließen sich. Scheiße, ja. Türen schließen sich. Emma, hilf uns. Emma. Alter, geil. Okay. Aha. Aha. Jupp. Alles klar, Digga. Okay, das ist unser einziger Ausweg scheinbar. Oh Mann. Oh Mann. Das ist keine gute Idee, Digga. Da ist der Dämon drin. Hallo? Willst du das? Der so atmet? Wieso ist die Tür so rot, Digga? Hallo? Oh Mann, Digga. Aha. Aha. Emma. Scheiße, okay. Scheiße, okay. Mach's mal aus. Was? Ah, okay, okay. Also einfach, da hat jemand einfach... Ich kann wahrscheinlich auch die Frequenz und so ändern. Mach's einfach aus. Mach's aus. Sicher? Ich glaube, wir müssen später die Frequenz hier... Ja. Irgendwas müssen wir hier machen. Okay, das ist scheinbar richtig. Willst du einfach durchsuchen, oder was? Vielleicht müssen wir auch eine Zahl finden. Schauen wir uns erst nach oben, oder? Jop, Emma. Oder Emma? Ich glaube, die hilft uns, Digga. Safe, Emma. Ja, ich glaube auch. Okay. Aha. So ist das also. Nummer 35. Da stand irgendwas Nummer 35. Können wir da irgendwas machen am Radio mit 35? Freischalten. Scheiße, Digga. Ich guck noch mal kurz hier. Jop, ja, aha. Okay, eine weitere Postkarte. Alter, sieht die... Ja, wie komisch das aussieht. Komisch aus. Okay, lies mal. Ich werde kommen. Ich werde kommen. Unweigerlich. Du kannst nicht entkommen. Du kannst nicht entkommen. Ach ja, das werden wir ja sehen. Blöde Tussi, Mann. Ich zeig dir mal, was ich kann. Alles klar. Wer kann hier nicht entkommen? Alles klar. Was ist für Scheißstuhl? Aha. Alter. Blöd, Mann. Wer kann nicht entkommen? Blöd, Mann. Hey, du bist ja eingekettet. Du kannst ja gar nicht... Alter, der Stuhl liegt noch da. Das ist der... Willkommen in der Hölle. Der Nexus. Ja, der redet falsch rum. Okay, jetzt wird's richtig crazy. Willkommen in der Hölle, sagt er. Jetzt wird's crazy, Alter. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, willkommen in der Hölle und wir sind ganz woanders, oder was? Nee, wir sind hier. Holen Sie das Buch zurück und gehen Sie die Treppe hinunter. Gehen Sie die Treppe hinunter. Wir sind jetzt also in Geheimen. Nee, das... Was ist das? Hydromorfon-Tabletten? Nimm die Pillen. Pillen, die zur Linderung von mäßigen bis starken Schmerzen eingesetzt wird. Ach, Scheiße. Das heißt... Das heißt... Vielleicht jemand an. Willst du weiterspielen? Geh mal auf die andere Seite. Geh mal auf die andere Seite. Du... Ist da noch irgendwas? Ich will dich weiter... Ich will das nicht, ne? Okay. Der ist also hier weg jetzt. Öffne die Tür, Leon. Der wird uns jetzt hier erwarten. Okay, ich öffne die Tür. Und weiter geht's. No. Eins für Leon. Nein. Eins in den Chat, wenn Leon weiterspielen soll. Von TikTok kommt alle rüber und schreibt eins in den Chat. Geh du, geh du, geh du. Auf Twitch. Geh... Geh du, bitte. Kleine Angsthase. Ich merke mir das. Schau mal, Digga. Let's go, Digga. Mann. Du schaffst es. Kommt alle rüber von TikTok und schreibt auf Twitch einzelne Chat. Es müssen noch zwei neue Nachrichten kommen, dann mach ich's. Digga. Komm, Leon, du schaffst es. Okay, ich geh mal rein. Mach langsam. Mach gemütlich. Wir haben Zeit. Ja, gemütlich. Hier, nimm den Stuhl. Da links ist auf jeden Fall was leuchtet. Entlängst das. Alter, fisch hier die kurz... Da war doch jemand. Da war ein Kopf, Digga. Zeig mir deinen Kopf, Leon. Leon, gib mir Kopf. Was? Lange Türschluss. Leon, da lag noch ein Bild. Vielleicht, ähm... Das war doch das Bild, was wir gerade eben angeschaut haben. Echt? War ne, ein anderes. Lesen? Aber es lag an der gleichen Stelle. Es brennt. Es brennt. Alles steht in Flammen. Und ich mit ihm. Wir werden bald zusammen sein. Alter, jetzt wird's crank. So wie Blitz. Sollen wir da zur Tür mal versuchen zu gehen? Alter, wir crankt, Mann! Oh Mann, Digga. Oh Mann. Was hör ich hier? Oh. Du hörst so und raudig. Steh dein Mann! Alter, genau so ein T-Shirt, das wir entwerfen. Vorne, ich steh mein Mann. Ich bin aber kein Mann. Und hinten, ich bin aber kein Mann. Soll ich hier rein? Soll ich hier rein? Was ist das, Digga? Eine Bombe, oder was? Das ist eine Daffelback. Alter, ja. Hallo? Verwenden? Verwenden. Okay. Hä? Anzahl der Artikel. Da kannst du wahrscheinlich Gegenstände lagern. Aber will ich nicht. Oder will ich das? Oh Mann, Digga, die Geräusche. Mit dem Radio konnten wir jetzt nix machen, ne? Leider nicht. Das stand ja hier eigentlich. Okay, Bro, du hast deinen Mann gestanden. Ich werde diese Tür beschreiben. Kannst du weitermachen? Ja. Okay. Ja. Ja. Jupp. Alles klar, Digga. Die Tür ist verschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Easy. Nichts leichter als das. Freunde. Das wäre jetzt krass gewesen. Das wäre jetzt an der ersten Stelle. Aber wir haben doch einen Schlüssel gefunden. Wo ist der? Habe ich den nicht aufgehoben? Ablegen. Tatsächlich geht's. Ah, speichern. Speichern. Okay. Okay. Ich habe doch den Schlüssel aufgehoben, oder? Der da lag auf dem Tisch. Da war doch ein langer Schlüssel. Boah, ich kann mich... Warte, warte. Da liegt doch was. Ah, ne. Das sind nur so Streifen. Ich habe den doch aufgehoben. Verwenden. Der Strom ist ausgeschaltet. Okay, jetzt wird's brutal. Jetzt wird's richtig brutal. Kaugummi, Billy. Jetzt wird's richtig brutal. Okay, mach du, mach du, mach du, mach du. Der Strom ist aus. Ja. Hä? Freunde. Was jetzt, Digga? Ich will auch hier dran. Ein paar Klimmzüge, Mann. Wieso willst du da dran? Alter, ja, ein bisschen trainieren. Okay. Wenn wir das Ganze, wie du sagst, logisch alles nachvollziehen. Wir müssen uns mal... Ja. ...umschauen. Geh nochmal in den Anfangsraum zurück. Diese Daffel... Lass erstmal... Lass eins nach dem anderen... Ah ja, vielleicht ist hier was. Aha. Aha. Eine Pistole? Oh, eine Pistole, Digga. Siehst du, Digga? Ich weiß nämlich, wie man sich verteidigt. Ich bin vorbereitet. Ja? Ich bin Fortnite. Einzelne Chat. Wer denkt, wir würden sowas in echt überleben? Alter, wir würden das sowas von überleben, Digga. Hä? Ich bin nämlich Talerhorn. Was ist los? Haben die jetzt Schusswaffen, oder was? Geh nochmal in den Startraum zurück. Vielleicht ist da irgendwas. Wir brauchen ja immer noch einen Schlüssel, ne? An alle, die jetzt zwei geschrieben haben, das war der letzte Tag für euch heute im Stream. Alter, ja! Ich bin sicher, ihr werdet alle gebannen. Die Couch sieht so spekt aus. Alter, Baisys, Arne. Okay, Leon, du wolltest hier rein? Let's go, schau dich um. Die Couch sieht so spekt aus. Meinst du meine Couch? Wieso steht hier eine Couch? Aber hier ist nix, ne? Hermione! Hermione! Wieso ist der Tisch umgedreht? Oh, oh ja. Kann ich die Waffe vielleicht weglegen? Für meine Axt. Du musst, äh... Was muss ich? Wenn du Sachen weglegen willst, musst du jetzt nochmal die 1 drücken. Ja, aber ich wollte nicht die Waffe, sondern die Axt. Nach was suchst du denn, Leon? Wir haben alles. Ja, dann zeig mir mal, wo wir den Schlüssel haben, mein Freund. Ah ja, stimmt. Ja, wir haben also alles. Bringt ja viel bei einer verschlossenen Tür. Okay, du hast komplett recht, Digga. Ja, wir haben alles, sagt er. Für was brauchen wir die Knarre? Vielleicht, um uns selber abzuknallen, weil wir es nicht mehr aushalten. Da ist er. Da ist er. Alter, da. Okay. Er macht die Typen wieder zu. Jup. Jup. Kann man dir helfen vielleicht? Nee. Okay, Achtung. Knarre. Oh! Was ist los? Ich bin... Was ist denn da? Trau dich! Ja, jetzt spitzst du weiter. Jetzt spitzst du weiter. Nee, 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 alles gut, man, alles cool. Wir haben sieben Schuss nur. Wir sollten lieber die Axt verwenden, oder? Ich mach das, ich mach das. Ja, ja, ich bin aber ein Gegner. Ja, ja, okay, du schießt, okay, ja, okay. Ab jetzt wird es richtig brutal. Machen wir die Tölings von dir zu. Und so einen einzigen Fluchtweg schließen, das ist ja schlau. Das hast du vorhin auch gemacht. Da läuft doch jemand. Scheiße, Mann. Wo bist du, hä? Ich kann wieder FBI, Digga. Ja, Mann. Du sagst mit dem Ding schießen? Der kommt doch safe aus einer... Mit der Axt schießen, ja klar. Mit der Axt schlagen, okay. Okay, 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 okay. Okay, alles klar, alles. Jetzt wird es richtig. Da ist was Rotes. Schieß, schieß, schieß! Zwei Schüsse reichen, oder was? Ich glaub, die ist nur Knockout. Ich glaub, der ist nicht allein. Was passiert hier? Was passiert hier, was hör ich hier? Da ist was, da ist was drin. Es wird immer schlimmer, wieso wird es immer schlimmer? Da ist was. Nehmen sie. Sie haben die Rucksack. Ist da noch was in der Toilette? Ja, im Kopf. Okay, alles klar. Stell dir vor, du willst scheißen. Alter. Scheiße, scheiße. Der Strom ist ausgeprägt. Ganz komisch, Digga. Oh, wieso wird es immer schlimmer, wenn wir hierher kommen? Hier drin. Es passiert was, es passiert gleich was. Easy, easy. Immer ruhig bleiben! Tod, Tod! Weg! Weg mit dir! Weg mit dir! Alter, ich kann ja gar nichts, oder der? Alter, Digga, das war ne gute Kombi von dem Kratten, Digga. Das war ne richtige tolle Hunde. Wie viel Leben haben wir? Ne. Zack! Da hängt auch jemand an der Wand, ne? Hast du es nicht gesehen? Doch, doch. Ah, da hing jemand an der Wand. Der ist doch da. Guck. Ah ja, lol. Hallo. Okay. Verschlossene Schublade. Ziel vorerledigt. Büroklammer. Ah, ein rostiger Dietrich. Auf dem... Was? Du bist immer so schnell. Öffne die verschlossene Schublade mit einem Dietrich. Holen Sie das Buch zurück und gehen Sie die Treppe hinunter. Das Buch brauchen wir also auch noch, ne? Da ist es doch, oder? Munition, Digga! Das ist Munition. Oh mein Gott! Hä? Schieß auf den auf der Wand. Nein, nein, lieber nicht. Okay, sicher? Ich weiß nicht. Bist du dir ganz sicher? Sonst locken wir doch alle an. Machen wir das, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Okay, okay, okay. Wie viel Schuss habe ich? Was höre ich hier? Was höre ich hier? Du hast sieben Schuss in der... Du hattest sieben Schuss gerade eben. Rechts unten siehst du es. Fünf von elf. Oh, Digga. Sieben von neun. Sieben Schuss hast du drin und neun Schuss hast du dann noch. Ich würde sagen, solange wir noch full life haben, gehen wir mit der Axt los. Aha. Ja, aha. Würdest du gegen ihn kämpfen? Du kannst einfach auf ihn schießen. Er sieht dich nicht. Alles klar. Tod! Stirb! Ich übernehme! Ein Kombi, Achtung. Zack! Ja, da liegt was. Eine Flasche Bier. Eine Flasche. Ja! Ach, geil, Alter. Leon, spielt weiter. Komm, let's go, let's go. Was wollt ihr alle von mir? Ich bin verrückt! Ich bin der Verrückte hier! Ja, genau so kann man seine Angst haben. Ja! Tanzzeuge! Kraut meine ich! Guck mal, da ist eine Tür, kannst du die öffnen? Licht! Kannst du die Tür hinter dir öffnen? Sie ist verschlossen. Sie ist verschlossen! Du weißt, wo rein wir müssen. Jetzt bist du weiter. Mach weiter, mach weiter. Ich will nicht dort rein, wo die Holzbretter sind. Mach weiter, du bist grad gut in Form! Ich bin gut in Form, nicht so wie im Real Life! Alles sind bei dir! Weil ich bin übergewichtig! Einzel-Chat, wenn ihr für Leon seid! Ja! Alle von TikTok drüber auf Twitch und Schreibt Dites in den Chat! Da blinkt was! Ich will da rein! Go Leon, ja, Mann! Die Tür ist verschlossen! Ja, Mann! Du bist einfach der Macher! Hä, was findest du, der da steht, hä? Ich knall dich ab, Mann! Mach erstmal die Tür auf und nimm die Axt! Die Tür ist verschlossen. Mit Handicap. Oh Mann! Jetzt pass mal auf, Digga! Du schaffst den! Hast du mit dieser Axt gerechnet, hä? Hast du damit gerechnet, hä? Digga, der hat dir die Kunde gedrückt! Oh, Alter! Zack! Zwei Mal! Zwei Mal! Warte, wie viel Leben hat das? Oh, Digga, das hat gut damage gemacht! Wir müssen das Kraut essen! Ne, keine Ahnung, was können wir da nehmen? Warte mal! Ich kann dir nix machen beim Inventar. Mach du mal! Eine Pflanze? Ja, ist das Kraut! Ne, wir nehmen gleich das, das bringt mehr! Ja! Die Pillen! Und das Kraut, Digga! Und noch das Kraut! Und noch das! 5 HP gerade mal! 94! Heißt, wir dürfen eigentlich keinen Schaden mehr bekommen! Du hast recht! Oh, da ist ein Medi-Kit, oder? Nimm das Medi-Kit! Nimm das Medi-Kit! Nimm das Medi-Kit! Da liegt auch noch was! Wasser? 5 HP! Okay, schau dich weiter hier um! Okay, und jetzt schau dich richtig um! Ah lol, das ist ja alles dasselbe! Können wir hier den Dietrich verwenden? Da ist jemand drin? Also, als ob du es jetzt erst blickst! Als ob du... Hast du es ernsthaft jetzt erst geblickt? Ja! Ich habe doch vorhin gesagt, da ist das Radio gewesen! Und da war vorhin das Bild! Hallo! Nimm die Knarre, Bro! Nimm die Knarre! Nee! Dann mach du! Dann mach du! Ich schieß nicht! Ich bin Pazifist! Das war ich nicht! Das war Sascha! Pazifist und geht mit einer Axt auf Leute los! Energydrink! Ja, ja! Nicht so schlimm! Energydrink, Digga! Den könnte ich jetzt gebrauchen! Hallo? Ich habe noch einen! Willst du ihn? Alter, ja! Das Buch! Munition, Digga! Geil! Für dich ist es geil, ja! Warte! Laden die direkt mal nach, oder? Ist hier noch was? Ja, mach das! Ist hier noch was? Glaube nicht, ne? Ja, okay! Du darfst wieder übernehmen! Okay! Einziger Chat, wenn Sascha übernehmen darf! Schreibt dir jetzt alle eins! Alle Taleron! Alle Taleron! Alle Taleron! Haben wir den Schlüssel für die Tür vorne jetzt? Malahun! Nee! Dietrich! Irgendwas mit einer Schublade war! Von hier kommen wir? Nee! Doch! Nee! Wie meinst du von hier kommen wir? Also da sind wir umgedreht! Okay! Stimmt! Ja! Da geht's zurück in das Anfangsgebiet, wo der Dämon war! Also... Anfangsgebiet! Okay! Was ist das hier? Ist der Wind! Ja! Okay! Schlüssel finden! Aber wir können nicht raus! Die Leute wollen uns nicht gehen lassen! Ja! Wir müssen irgendeine Schublade finden! Hieß es doch! Ich dachte gerade, da kommt zu! Hat gerade jemand gelacht? Ich dachte gerade, greif dich einfach an! Okay, geht nicht! Schublade! Schau! Äh... Halt ausschau nach Schubladen vielleicht! Okay! Schublade! Das ist keine Schublade! Hier vielleicht? Ja, da ist nix! Unterste! Aha! Wir haben sie aufgeschlossen! Da ist jetzt... Schlüssel! Rostiger Schlüssel! Okay! Damit können wir raus, glaube ich, oder? Aber wir haben das Buch noch nicht! Holen sie das Buch zurück und gehen sie mit Klappe hinunter! Rostiger Schlüssel kann zum Öffnen verschlossener Türen verwendet werden! Wir gucken... Gefällt mir nicht, was ich da gerade gehört habe! Du spielst weiter! Digga, das hört sich nicht nur nach einem Zwei-Schuss-Tod an! Jupp! 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 Das hört sich richtig böse an! Jupp! 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 Lese! Ich bin einem seltsamen Mädchen begegnet, dessen Namen ich nicht kenne! Emma! Emma! Wahrscheinlich, oder? Ich glaube, die ist in diesem Brand... Mit draufgegangen, ja! Ich bin wie Minen und lasse Draufgänger sterben. Entschuldigung. Alter. Da ist ein Buch. Kannst du nicht nehmen, ne? Nee, leider nicht. Was für ein Buch müssen wir... Der Strom ist aus. Als ob die Lampe geht. Emma, rechts neben dem Bett eventuell? Du kannst doch sneaken, oder? Ja. Sneaken mal und schauen mal unter das Bett. Nee, okay. Da ist nichts, ne? Okay, komisch. Das war nur der... Das haben wir jetzt gelesen. Die Schubladen... Die Schubladen hier können wir auch nicht öffnen. Hier. Das können wir auch nicht öffnen. Da ist nur noch den Typ. Soll ich dem mal einen Headshot geben? Nee, nee, alles gut. Einzeljet, wenn ich ihm einen Headshot geben soll. Alter. Zwei in den Chat, wenn wir rausgehen sollen. Ich glaube, wir werden... Wir werden früh genug merken. Alter, krass. Wir versuchen rauszugehen und dann... Müssen wir wieder zurück, oder so. Alter. Behalt die Kugeln. Ja, true, Alter. Drei. So eine erste Nachricht, das ist drei. Das war auf jeden Fall dein erster und letzter Tag hier im Stream. Genau. Wo ist... Aha, alles klar, Digga. Digga, da lebt jemand. Okay, du spielst weiter. Nee. Ich habe keinen Druck, Mann. Das ist scheiße, Mann. Aha. Aha. Okay, 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 okay. Und jetzt? Und jetzt? Lade ich nach. Ich glaube, das ist noch nicht zu Ende, Digga. Ja. Knall ihn ab, Digga. Alter, Digga. Was ist das für eine? Guck mal, das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Ich glaube, jetzt wird es richtig krass. Ich glaube, wenn wir runtergehen, dann öffnen sich die Tore und er rennt uns hinterher. Verwenden. Kannst du da rein? Oh, scheiße, Mann. Alles klar, der hängt da falsch rum, da. Wir müssen das. Das ist doch, guck mal, das ist das Zeichen, was vorhin auf dem Computer war, oder nicht? Auf dem Boden. Oder oben. Dieses Spinnennetz. Dieses Spinnennetz, wo ich vorhin gemeint hatte, ja. Und mit dem Schlüssel können wir da rein? Schlüssel. Wieso sollten wir da rein? Sollten wir geschützt? Selber einsperren. Geschützt? Ja. Gut geschützt, Digga. Alter, in den Schrank, da musst du reinschauen. Erst mal eine Lesestunde von Leon. In dieser verfluchten Dimension, in der eine verrostete Landschaft vorherrscht, ertrinken die Seelen in Verzweiflung. Dolor Vex. Kauft jetzt Dolor Vex. Das klingt wie so ein Medikament. Wie so eine Medizin, Digga. Dolor Vex quillt mit seinem dämonischen Hund gnadenlos diejenigen, die verschiedene Dinge auf dem Gewissen haben. Alle böswilligen, neidischen und bösen Bewohner, die bei lebendigem Leib verbrannt werden, erleiden nun schreckliche Qualen. Der Geruch von verbranntem Fleisch erfüllt die Luft und erinnert uns irgendwie ständig an unsere Sünden. Wir haben nix gemacht, also macht er uns nix. Wir wollten doch nur ein Buch holen, wir wollten nur ein Buch holen, Digga. Ah. Patronen. Wasser, Kugeln. Patronen. Ich geb dir einst. Hallo. Ich bin... Das ist rasch, wieder so Tabletten, die geben 20. Wie viel gibt es, Medikit? 50, Alter. 50. Das wär verschwendet. Das heißt, ich nehm jetzt mal Tablet. 100 haben wir maximal. Nimm auch mal das Wasser und so. Die Sachen, die wenig geben. Okay. Das passt schon so. Weil dann können wir in der Not... Alter, wir sind hier eingesperrt. Scheiße. Da liegt auch was, Ali. Das haben wir gerade gelesen. Das haben wir gelesen. Was ist jetzt? Was ist jetzt der... Wir kommen hier schon raus. Berühre die Wand und... Ah. Aha. Oh, Alter. Vorsicht. Easy, easy. Zwei Stück. Alter, wieso sie einfach... Ich hab zu viel Munition verschwendet. Oh, Alter. Okay. Okay. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Jo. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Okay. Cola. Getränk. Steht der immer noch da? Er ist weg. Okay. Das gefällt mir nicht. Holen Sie das... Sollen wir jetzt noch das Buch holen oder runter? Wahrscheinlich finden wir das Buch auf dem Weg. Weil da steht, holen Sie das Buch und gehen Sie die Treppe hinunter. Das heißt, also für mich hört sich das so an, wie als ob es hier sein muss. Ja, ich hab das Gefühl, das Buch liegt einfach am Ende, bevor wir fertig sind. Vielleicht weiß das jemand. Wir werden es ja sehen. Sollen wir jetzt schon runter? Ja, okay, wir machen es einfach, oder? Okay, ja. Vielleicht ist das das Buch, ne? Alter, ich dachte gerade. Aha. Was hat sich da bewegt? Da ist jemand drin. Sie hat das Buch, sie hat das Buch. Fahr zur Hölle, du und Gabriel. Lol. Wie? Scheiße, ja. Scheiße, scheiße. Oh, scheiße. Scheiße, ja? Fahr zur Hölle. Fahr du zur Hölle. Ja, Mann. Ich hab auch noch zwei Stiche. Ich geb dir zwei Stiche, bin der... Fahr zur Hölle, Gabriel. Ja, ist das dein Kopf drin? Aha. Oh, da ist ein Hund. Ist das der Hund? Oder ist das... Alter, was ist das? Ich weiß nicht, was das war, Digga. Was ist das, Dude? Alter, Digga, das ist ein richtig geiles Spiel. Rausgesucht. Das gefällt mir sehr. Rausgebracht. Ich bin nämlich der Entwickler. Spaß. Das würde ich niemals entwickeln, Digga. Willst du echt mit der Knarre? Okay, vielleicht nimm doch echt die Knarre. Hier muss jemand um die Ecke stehen. Diese... Heißt jemand, da kommt jemand. Äh, heißt immer, da kommt jemand. Ich kann nicht mal mehr reden, Digga. Da ist er. Da ist jemand. Zack! Geil, geil. Leben haben wir noch? 88. Mit Zeit für so eine Cola. 99. Okay. Da ist eine Duffelback. Oh, eine Shotgun! Ja! Alter, jetzt! Verhofftete Flinte. Alter, jetzt geht's los! Nutzt du da die gleiche Munition für? Ich glaube nicht. Das ist die gute Frage. Das ist die gute Frage. Das ist die gute Frage. Aber bevor wir das ja rausfinden, habt ihr eine Lesestunde mit Leon. Mein Vater, Gabriel Blackwood, nutzte meine außergewöhnlichen Fähigkeiten bei Exorzismen aus. Manchmal fühlte ich mich für ihn wie ein bloßes Werkzeug im Kampf gegen Dämonen. Sein Ziel war es, das Böse zu vertreiben. Nun, da ich Zeuge des Leids der Bewohner hier geworden bin, will ich mich rächen. Soll ich da im Nexus benutzen, um meinen Vater für das zu bestrafen, was er mir angetan hat? Der Hass und die Wut, die ich empfinde, sind überwältigend. Er sucht nicht einmal nach einem Weg, mich zurückzuholen. Geil, Alter. Kannst du mal zu dem Herzen von dem Typen gehen, dass wir das Geräusch nicht mehr haben, wahrscheinlich? Hallo, dreh dich um zum Herzen! Okay, das war der Hals. Ja, ich bin beim Herz. Ja, geht erst mal raus. Was? Danke. Das Geräusch ist aber immer noch da. Okay, das Geräusch haben wir trotzdem, okay. Das Geräusch ist immer noch da! Ja! Ich werde sauer, ja. Wenn Sascha ja sagt und nichts macht, was er sagt. Okay, Digga. Ich banne gleich den Stream, wenn du nochmal die Wörter von mir... Ich mag das gar nicht, das weißt du. Sascha hat das auf der Gamescom nämlich gemacht. Immer wenn ich was sage, dann wiederholt er die Wörter. Das mag ich gar nicht. Schreibt jetzt immer seine Endwörter in die Kommentare. Dann sage ich gar nichts mehr. Dann sage ich gar nichts mehr. Dann wird es super interessant für euch, Freunde. Wir kriegen das zusammen. Hast du den Abstechen da drin? Also hier ist der Aufzug. Hier war dieser Typ und von dem haben wir jetzt einen Schlüssel. Kann zum Öffnen verschlossener Türen verwendet werden. Hier war sonst nichts mehr außer die Duffelbag und der Brief. Das heißt... Wir müssen zurück wahrscheinlich. Ah! Hier freischalten. Ah, perfekt. Okay. Oh! Oh, Alter. Oh, Digga. Alter, Digga. Jetzt habe ich mich richtig erschrocken. Jetzt habe ich mich auch richtig erschrocken. Bin gerade zusammengezogen. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ah, jetzt haben wir Shotgun-Muni. Zwölf Gorge-Shells. Du wirst nicht die Shotgun mal verwenden. Wer lacht da? Wer bist du? Da ist vielleicht dieser Hundemensch. Und da... Hast du den hier durch... Abschuss? Nee, geht nicht. Das ist eine Wand. Wer bist du? Ethan sagt, wer bist du? Nimm doch mal die Shotgun, Digga. Glaubst du? Ich glaube, wir brauchen die Patronen. Wir haben zwölf Schuss. Wir haben zwölf Schuss. Ich würde halt einmal gerne sehen, wie die schießt. Aber... Wenn du meinst. Schieß du. Da haben wir wieder 20 HP. Schieß du. Wie? Nee, wenn ein Gegner kommt, natürlich. Dann ist es verwendet. Äh, verschwendet. Mach weiter. Du schaffst das. Ich will sehen, wie pazifistisch du bist. Da war doch was gerade. Hau ihn weg. Hallo. Nee, der hängt doch nur. Komm, komm. Du schaffst das. Wo bin ich, Digga? Wo bin ich? Hier kamen wir her, ne? Ja, Mann. Hier muss irgendwas sein, Digga. Also ein Monster. Neun Millimeter Patronen. Ich glaube, jetzt springt dich gleich was an. Nee, ich gehe zurück. Nein, nein, nein. Mach du weiter. Mach du weiter. Mach du weiter. Ich schraue mich nicht. Ich finde das ganz schlimm hier. Du schaffst das. Du schaffst das, Leon. Alles sind auf deiner Seite. Leon, let's go. Einmal Leon stark rein. Komm, Leon. Ja. Ja, ja, ja. Sehr nice. Kannst du da rein? Allerdings ist safe was. Jupp. Geh du, geh du, bitte. Mach, 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 mach. Du schaffst das. Guck mal. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Ah! Tot! Nochmal, bam! Tot! Sehr nice, sehr nice. Stark, Mann. Alter. Okay. Jetzt kannst du dich erholen. Weiter machen, bitte. Ja, danke. Die ist gar nicht so stark. Oder ich habe das erste Mal daneben geschossen. Die ist gar nicht so stark wie du! Ja! Warum? Ich dachte, der knurrt. Achso, das war der Hund, oder? Hundemensch. Wir haben jetzt... Guck mal. Ja. Kombinieren mit den Kräutern. Alter, dann können wir uns eine Suppe herstellen. Kräuter-Medik. 50! 50, Alter. Okay, das ist geil. Stark, Alter. Jetzt können wir 100 HP heilen. Und nochmal 50 mit dem Medikit. Okay, okay. Aha. Da ist noch ein... Okay. An diesem Ort fühle ich Angst und Einsamkeit wie nie zuvor. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich diese eingesperrte Realität noch ertragen muss. Gibt es eine Chance, von hier zu entkommen? Bin ich zu ewigem Leid, verdammt? Mein Herz ist mit Schmerz und Kummer belastet. Ich habe niemanden außer mir und meinen Gedanken. Ich muss die Kraft finden, mich diesen Widrigkeiten zu stellen. Schließlich habe ich nichts falsch gemacht. Okay. Jetzt musst du die... Patron. Nice. Munition. Jupp. Wäre ja geil, wenn du sie auch aufhebst. Ja. Schließt einfach immer. Du hast so einen kleinen Kreis in der Mitte, ne? Mit dem musst du auf die Sachen ziehen. Ja, ja, ja. Siehst du den? Ich verstehe es, Leon. Ich verstehe es. Okay. Ich dachte... Okay. Okay. Da hat jemand geschrien vor Freude. Weil Sascha und Leon sind da. Vor Freude, dass er uns sieht. Ja, genau. Okay. Okay, da ist wieder ein Doubleback. Ich glaube, da kannst du Sachen einfach speichern und bei der nächsten Doubleback wieder rausnehmen. Wie so eine Ender-Chest. Und jetzt? Sind wir jetzt eingesperrt, oder? Sind wir wieder raus, oder? Nee. Okay. Okay. Alles klar. Boah. Okay. Es waren ein paar viele Schüsse, aber gut. Egal. Hauptsache, wir überleben. 46. Das heißt, okay. Der Hund kommt. Der Hund. Der Hund. Nimm die Shotgun. Nimm die Shotgun. Da. Schieß. Ich sehe nichts. Schieß. Er ist zu groß. Alter. Zack. Ich habe keine Munition mehr. Schieß doch. Ich habe keine Munition mehr. Du bist tot. Nein. Nein. Wiederholen. Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt ganz am Anfang? Nee, oder? Nein, Bro. So weit nicht. Okay, das geht noch. Wieso habe ich nur zwei Shotgun-Schüsse gehabt, Mann? Geh mal auf die Shotgun. Das steht fünf. Vielleicht ist es auch eine Doppel-Shotplette und die muss nachladen nach zwei Schüssen. Das kann sein. Dann nimm lieber die Dings, oder? Dann sehe ich den Chat nicht. Äh, Pistole. Digga. Rüste die Pistole doch schon mal aus. Rüste die Pistole doch mal aus. Jo. Okay. Leben haben wir genug. So, das war hier dieser Typ. Der kommt hier. Rechts kommt der. Rechts. Nice. 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 Okay, stark. Der hat mich aber verletzt. Medikit. Dann sollten wir uns full healen gleich mal, oder? Ja. 96, das passt schon. Aber ich frage mich, ob der Hund uns 50 Leben abzockt. Weil wir so schnell gestorben sind. Ja, gell. Okay, jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Ich glaube, da kommt auch erst die Cutscene. Fünf von fünf. Wir müssen doch noch den Schlüssel nehmen. Wir müssen doch noch den Schlüssel nehmen. Was für ein Schlüssel? Schlüssel. Wo? Du warst doch bei irgendeiner Dings, bevor wir den Hund gesehen haben. Bei irgendeiner? Ja, so wo du... War das nicht hier rechts? Nee, war nicht hier rechts, ne? Ich weiß es nicht. Das war doch da bei der hängenden Leiche da. Oder nicht? Bei der hängenden Leiche. Alles klar. Das war's mit dir. So, ich switch dann direkt auf die Po... Äh, auf die Ding. Zweimal Pumpgun. Und dann... Und dann Pistole. Ja. Pilz. Wir müssen erst noch den Schlüssel finden, dass es getriggert wird. Ich weiß, glaube, wo. Das war da, wo du gesagt hast, du musst den Punkt benutzen. Du hast hier einen Punkt. Ja, genau. Genau. Und das war doch bei der Leiche. Ich weiß, wo das war. Ja. Hier. Okay. Das müssen wir ja nicht nochmal lesen. Okay. Nice. Ja, genau. Da schreien wieder die Leute vor Glück. Bei Sascha und Leon. Ja, stimmt. Das war das. Okay. Hä? War da sicher ein Schlüssel drin? War da doch ein Schlüssel oder nicht? Oder war da kein Schlüssel? Boah, ich weiß es ehrlich gesagt. Kann auch sein, dass da kein Schlüssel war. Kann das sein, dass es random ist? Oder lesen wir das mal kurz. Einfach so. Okay. Ah, da kommt was. Okay. Weg mit dir. Ist das anders? Es ist irgendwie alles gerade anders, gell? Ja. Vielleicht hat das Spiel gemerkt, dass... Okay, da kommt der Hund. Okay. Wie ist der Plan? Jo. Direkt mit der... Äh, schieß. Der kommt links. Aber du kannst dich nicht orientieren. Das ist das Problem. Der ist jetzt hinter dir. Der ist hinter... Ja. Da kommt der her. Okay. Schießen. Komm. Du musst eigentlich weg. Ja, 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 ja. Easy. Er ist tot. Er ist tot. Direkt leben. Wir haben zwei Medikits. Okay, geil. Alter, das war knapp, gell? Okay, okay, ja. Okay. Oh, wir haben es geschafft. Ja, egal. Da ist doch eine Duffelback. Sollen wir das nehmen? Oder egal, oder? Weiß nicht. Wir können auch einfach weiter, ja. Okay. Und was war das? War das jetzt der Hund? Das war der Hund. Das war der Hund. Safe. Das war safe, der Hund. Aber ich weiß nicht, ob der alleine ist. Der Typ kommt ja auch noch wahrscheinlich. Weiter runter. Denkste? Weiß ich nicht. Weiter hoch vielleicht. Hier ist eine Tür. Oh nein. Hier kommt was. Hier kommt was. Oh! Oh, Digga! Alter. Warte, ich heal mich direkt. 25 macht das, was er wenigstens braucht. Kraut. Warte, du kannst Kraut herstellen. Kombinier, kombinier, kombinier. Dann sind die weg, oder? Wir haben ja keinen Platz. Wir haben zwei davon, zwei davon. Wenn ich jetzt was kombiniere, entsteht ein dritter Slot. Wir haben aber keinen Platz. Wir nehmen einfach das Kraut. Ist schon nicht so schlimm. Wir werden es überleben. Oder, Leon? Liegen hier Köpfe? Nee. Nee, nee, nee. Okay. Das sind Bücher einfach. Und du meinst, die kleine Göre, die vorhin vor uns weggerannt ist, hat das Buch? Ich glaube ja. Hier ist irgendwo was. Ja. Hier ist irgendwo was. Tod! Nice. Alter. Ja, Mann. Gut aufgepasst. Gut ge-ge-called. Wie in League of Legends. Okay, jetzt sind wir wie in Call of Duty. Okay. Jetzt können wir hier runter. Ja. Das Spiel speichern. Oh, ich glaube, wir finden gleich den einen. Okay. Okay! Okay. Stark. Starkmann. Starkmann. Ja? Ja? Ist eine weitere Doubleback? Ganz kurz chillen. Okay. Während ich durch diese Verflüssigkeit, durch die Dimensionreise erfahre ich immer mehr über das Geheimnis, das Dimexus umgibt. Meine Fähigkeiten erlauben es mir zu spüren, dass seine Gefangenschaft kein Zufall ist. Wurde er absichtlich hierher gebracht? Und wenn ja, warum? Ist der Teil eines größeren Plans, den ich nicht verstehe? Durch all das fühle ich mich noch verlorener in dieser dunklen Welt. Alter. Storytelling vom Feinsten für 94 Cent. Ja, Mann. Das ist echt ein geiles Spiel, Digga. Also, das ist ein gutes Spiel. Ja, Mann. Für 94 Cent lohnt sich das allemal. Allemal. Okay, Digga. Ihr könnt mich allemal. Okay. Was passiert jetzt hier? Da kommt was. Gehen gleich hier hin, damit es direkt schießen kann. Da ist eine Karte, wieso, glaube ich, das ist so. Da kommt was, da kommt was. Von wo ist es? Bestimmt hier. Nee. Was ist, was ist, erzähl, erzähl. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht, was ist. Verschlossen, jo. Oh, ja, auch verschlossen. Ist hinter dir eine Tür? Oh, was war das gerade? Okay, hier geht es nicht weiter. Das ist verschlossen. Hier können wir auch nicht weiter. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Aha. Jo. Weiter geht's, Leon. Hallo. Scheiße. Okay. Scheiße. Was passiert jetzt? Da bietet jemand. Wer ist das? Ah, lol. Das ist doch dieser eine. Da im Exus. Dolor Vex. Ich werde deine Träume in Albträume verwandeln. Scheiße. Hat er gesagt. Ich nehme sofort die Shotgun. Lol. Ich nehme sofort die Shotgun, oder? Dolor Vex. Alter. Der hat Rüstung, oder nicht? Scheiße, der kommt jetzt. Der kommt jetzt. Alter, der ist ja groß. Schieß, schieß, schieß. Töt ihn, töt ihn, töt ihn, töt ihn. Hielt dich notfalls. Hielt dich notfalls. Als ob du es mit der Axt machen willst. Ich habe auch so sehen, gefällt. Das wird dein Schwertkampf. Ich dachte, du machst einen Prank. Kein Platz. Wir können es nicht nehmen. Was ist denn das? Wir müssen doch uns eh healen. Ja. Dann heal uns erstmal. Okay, ich heal uns erstmal. Medikit. Okay. Und Medikit. Medikit genommen, hätten wir 50. Okay, alles klar. Jetzt sind wir ja full. Zumindest. Rostiger Schlüssel, okay. Alter, wir sind richtig gut. Schafft. Schafft. Einzelne Chat. Schlüssel schafft. Einzelne Chat, wenn wir schafft. Einzelne Chat, wenn wir schafft. Ich muss den Schlüssel schafft. Wir müssen noch mehr finden. Es ist nur ein Schlüssel schafft. Wir müssen noch den dazugehörigen Schlüsselkopf finden. Im Raum war noch was Rotes. Der sinkt da, Digga. Das bin ich. Ah, da. Guck mal. Da. Das bin ich, Digga. Das ist immer verrückter. Okay. Ja. Oh Mann. Wo ist jetzt dieser Kopf? Schlüsselkopf. Glaubst du, der ist hier? Schau du dich mal um? Nee. Ich glaube nicht. Du hast dich gut umgeschaut eigentlich. Danke. Was ist hier in dem Regal? Ist hier in der Ecke irgendwo noch was? Nee. Okay. Wir brauchen bestimmt wieder irgendein Regal oder sowas. Glaubst du, wir sollten zurück? Ich glaube, ja. Weil da... Was war das? Hier haben wir schon alles durch, gell? Schau ruhig nochmal nach. Okay. Mit Pennen. Ja. Wer singt denn da, Mann? Hier liegt nichts auf dem Boden, ne? Nee. Nur ein Buch wieder. Was ist mit dem Ars? Hier waren nur die zwei Türen, die wir nicht öffnen. Was war das? Da hat sich doch gerade was bewegt eigentlich, gell? Ja, Mann. Das war der Schatten, glaube ich. Ich glaube, da ist jemand hinter der Tür, der uns haben will. Ich glaube auch. Der wartet nur darauf. Wir gehen nochmal zurück, oder? Okay. Kannst du irgendwas im Inventar kombinieren, vielleicht? Haben wir vorhin was gefunden? Was ist das? Das ist rostiger Schlüsselspitze. Ah, lol, Alter. Jupp. Digga, richtig nice. Gibt aus wie ein Schlüsselbart. Perfekt. Okay, stark. Also, zum Glück sind wir nicht den ganzen Weg zurück. Schlüsselbart. Der Pirat. Alter, ja. So. Sofort ballern. Was öffnen wir jetzt? Okay. Okay, wir müssen das hier öffnen. Echt? Verwenden. Du kannst... Okay, okay. Warte, Digga, was passiert denn hier? Digga, das hört sich nicht normal an. Das ganze Spiel ist einfach nur geistes... Da, da, blinkt was. Hä? Wo? Okay. Nee, nee, alles gut, du hast es. Das ist der nächste Schlüssel, oder? Alles gut. Da wird safe was kommen, jetzt die Treppe hoch. Warte, ich tue schon mal mit dem Shotgun nachladen. Okay, ja. Gute Idee. Okay, 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 okay. Schau, Digga. Da kommt safe was hoch. Zack! Alter. Diesmal habe ich es gewusst, Mann. Gewusst, Mann! Da steht was auf der Wand. Echt? Live Ends. Alter. Okay. Das könnte ein geiler Titel sein für ein Spiel. Das Leben endet. Das ist eine Hand. Ah, ja, das ist eine Hand. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Ich spüre seine Anwesenheit und weiß, dass ich vorsichtig sein muss, da er entkommen könnte. Allerdings könnte er sehr nützlich sein. Es ist an der Zeit, die Dinge in dieser Welt in Ordnung zu bringen und alle Schuldigen zu bestrafen. Okay. Okay, Digga, wir müssen bestrafen. Hä? Wir der Dämonen. Einzelnen Scherf, wenn wir Leute bestrafen sollen. Lol. Munition. Sehr, sehr geil. Die Shotgun. Munition. Ja, Munition. Shotgun Muni haben wir nicht so viel, ne? Elf Schuss haben wir plus sieben. Was war das? Weiß ich nicht. Schlüssel. Schlüssel sind immer wichtig. Langer Türschlüssel. Oh lol. Es wartet auf dich. Was wartet denn auf mich? Was wartet auf mich? Will ich das überhaupt wissen, was auf mich wartet? Da können wir jetzt rein wahrscheinlich, ne? Scheiße. Bereit? Emma wartet. Nee, es wartet auf dich. Aber wer? Das sieht aus wie der Boss-Fight-Raum. Ja. Oh mein Gott! Oh, Jupp. Alter, ich hab mich grad erschrocken, aber das sind wir hier. Pass mal auf. Willst du gegen ihn kämpfen, das Buch? Vier. Nummer vier. Nee, mach du. Digga. Und wie viel Geld kriegen wir dafür in dem Spiel? Zehn Euro? Das Buch ist verschwunden. Ist dir jemand? Ist dir jemand? Scheiße, Mann. Ist dir jemand? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alter, das ist ein richtiger toller Ohr. Guck mal, der. Guck. Scheiße. Schieß. Schieß. Alter. Scheiße. Nachladen. Digga, der kann sich teleportieren. Von hier aus gibt es kein Ent... Ent... Erinnern. Da ist er, tot ist er. Da im Nexus. Willkommen zur Hölle. Alter. Toch zur Hölle. Fettsack. Alter. Entschuldigung. Der war nicht fett. Okay, stark, Digga. Wir müssen auf jeden Fall blut. Alter, haben wir Glück. Sieben Leben, Alter. Ja, Mann. Das war echt knapp, Digga. Ja, stimmt. Guten Tag, Alter. 100 Leben. Und langsam brauchen wir aber wieder... Was haben wir, unser Leben aufzufüllen? Das ist kein Buch, oder? Was passiert mit uns? Okay. Wir kommen aus dem Apartment mit dem Buch. Okay. Kein Problem. War das das Buch? Das war das Buch jetzt, oder wie? Das war das Buch. Das war das Manuskript. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Jetzt sind wir in der richtigen Welt. Jetzt sind wir hier. Raus aus Geheimen. Jetzt... Ich glaube, jetzt passiert was, Digga. Das sieht aus wie dieses Exit... Wieso läufst du zurück? Ah. Wieso läufst du nicht raus? Ich finde es so geil. Alles gut, Mann. Warte, ich lade zur Sicherheit alles nach. Jetzt werden wir wahrscheinlich getötet. Gejagt. Von den Polizisten, weil sie denken, woher hat der die Shotgun? Ach so. Okay, sofort abhauen. Lass einfach raus. Lass einfach raus, Digga. Einfach direkt raus. Ja. Direkt raus, Digga. Komm, das schaffen wir. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Oh ja. Bitte. Da ist irgendein Zettel. Egal, ignoriere es. Einfach raus, Mann. Einfach raus hier. Was passiert hier? Ist das der Ausgang? Nein. Ziel aktualisiert. Oh! Herzlich willkommen. Willkommen. In der Hölle. Alter, was? Was? Wir können niemals entkommen. Wir können nie entkommen. Ethan? Ethan? Ah, warte. Es geht weit. Ich bin in der Nähe von Apartment 4. Von Apartment 4. Er will das Buch. Ich werde bald da sein. Und er hört den Dämonen. Scheiße. Ich glaube, wir wurden zum Dämonen, oder? Hallo? Das Ende. Oh, Alter. Ist nahe. Okay. Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst jetzt ein Like da. Und vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Und unseren Twitch-Kanal, wenn ihr das auf YouTube seht. Um an diesem Chat teilzunehmen. Was sollen die Leute in die Kommentare schreiben, die bis jetzt geguckt haben? Dein Nexus. Wie hieß der Dämon? Ja, nee, der andere. Das ist wie so ein Mittel... Ah, ja, stimmt. Schreibt, wie er heißt, in die Kommentare. Schreibt, wie er heißt, in die Kommentare. Dann müsst ihr das Video gesehen haben. Genau. Freunde, bist du... Du lobex. Alter, ja, Mann. Ja, Mann. Freunde, schreibt, du lobex in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Freunde.